Das geht immer so hin und her sehr schön. Höh, das geht? Sehr geil. Das ist ja cool so. Dann brauche ich hier nochmal einen RTW. Ich hoffe, ich habe einen. Guck mal. Ihr Florian Kautz, bitte mit Einsatz für einen RTW der Buchsfeuerwehr. Florian Kautz, bitte. Dankeschön. Wo ist meine Kamera? Was ist da schon drin? Ach so, da ist das schon drin. Steigen die denn da auch richtig ein? Ah, okay. Also war das gerade ohne, dass ich das Gold habe. Ach so, ach so, ach so. Gut zu wissen. Christoph Kauer, Statik 2. Parken. Ach so, den sollte ich auch nochmal einfangen. Oh, hier ist immer noch Stau. Aber das ist ein Stau, der mich relativ wenig interessiert. Im Gegensatz zu dem Stau hier. Okay. Okay, da muss ich einmal nochmal Pol hinschicken. Pol Ente. Ach so, einmal bitte den MTW. Alter, diese Ampelfasen, das finde ich echt merkwürdig. Ah, Mann, Mann, Mann ey. So, absetzen. Hol mal deine Waffe raus. Das stimmt jetzt. Selbstmordversuch. Okay. Personendruck zu springen. Okay. Einmal bitte. Ja, Feuerwehr. FF rufen. RTV. ... ... ... ... ... ... Florian Kautz bitte mit Florian Kautz bitte Ende. Wir sind jetzt in der Freitstellung. Kaputt. Okay. Was ist da los? Oh, ich habe ihn tot geschossen. Also, kaputt geschossen. Entschuldigung. Wir werden uns zwar im Einsatz. Du kannst das einfach einmal da hinstellen. Noch da. Bitte nicht springen, bitte nicht springen. Nicht springen, nicht springen. Person gestürzt und verletzt. Der passt schon. Absetzen. Kann ich mit dem reden? Ne. Tor aufnehmen. Was für ein Tor kann ich? Was für ein Tor kann ich? Was für ein Tor kann ich öffnen? Was für ein Tor ist. So, ich hätte jetzt gerne einmal einen... Fahrzeug 6. So, einmal... Gerne einen Sprungretter bitte. Ich kann wirklich an jedem Haus installieren, ist das geil. Ich bin gespannt, ob ich da rechtzeitig rauskomme. Oh, mein Husten geht heute gar nicht. Hust, Hust, Hust. Ja, ich komme, ich komme. Warum wollen sich hier alle umbringen? Nimm ihn fest. Sehr schön. Gut, das hätten wir geschafft. Aufsetzen, parken, parken. Da, du, nach da oben. Auf dem Weg. Du, nach hier. Und sonst brauche ich hier noch einmal Punkt, man Zeit. Das ist eigentlich der schwarze Nuss. Der muss jetzt psychisch mit Behandlung. So, habe ich einmal Pool frei? Ich glaube nicht. Ich bin Zeitlicht ansatzbereit. Okay. Fahrzeug 9, hört. Bin unterwegs, Fahrzeug 15, hört. So, was haben wir denn hier? Das ist das. Oh, hier steht noch eine. Oh, haben sie die nicht mitgenommen? In welchem Filter denn da ist alles voll? Fahrzeug 6, hört. Fahrzeug 6, hört. Die ist alles voll. Fahrzeug 5, hört. Die ist auch alles voll. Oh, nicht voll? Hö. I don't know, I don't know. Fahrzeug 18, hört. Auf dem Weg. Was geht's? So, Rettungsrucksack. So. Zustand kritisch. Einmal bitte. Nef, ja, kommt sofort. Nef, nef, ich den. Ich nef, für dich. So, Nef. Ah, diese Mod macht echt Spaß. Wir haben nur ein Kalt, bitte. Einmal bitte. Wir haben nur ein Kalt, bitte. Auf dem Weg. So, die können sich den selbst... Nein, nicht im Korb, nicht im Korb. Oh, Mann. Fahrzeug 15, hört. Fahrzeug 15, hört. Die ich nehme nämlich mit. Aber was Spaß ist nicht, ist, dass die jetzt ins Gefängnis kommen. Man müsste eigentlich einen Seelsorger oder so. So, holen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Sehen wir was. Fahrzeug 15, hört. Das ist schön. Nef, wo Status 4, ja. Das mit dem Status, dass sie sagen, welchen Status sie gerade haben, finde ich auch ganz nett. Dann kann man immer da oben hingucken ein bisschen. Weiß, wann wer was hat. Da war ein Blitzschlag. Der hier sind jetzt Status 6. Der ist nicht einsetzbereit, weil er da kaputtgeballt hat. Die Bank ist... Das können die Bank tun. Schade. Ach, guck mal, hier. Ups, Aladin habe ich ganz vergessen. Ja, manchmal vergesse ich auch Sachen. Ich bin halt einvergesseniger Mensch. Wir können ja einmal die Liste durchführen. Tollwut-Alarm ist in Bearbeitung. abtransportiert Person gestürzt wird jetzt gleich abtransportiert ich habe das Gefühl ich habe eine leicht verstopfte Nase ich weiß nicht wieso krank fühle ich mich nicht und sehe ich alles in Ordnung so ein Auge so und krank den Haus ja, macht das immer gut, will das ja nicht bekannt und und sie sind zwei bis zwei die Verordnungen wir kommen und er hat er die schnellen Schmierer Schmierer die Böder die Böder noch da noch da noch da ablenken 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 weg 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 gut geschafft geschafft sehr schön warum bist du nicht verankert hör hör sehr schön du kannst einmal nach hier hinten laufen wir haben einen Unfall gebaut macht nichts die nach der also und merken für den Schnelldangriffeinsatz muss eine Person drauf sitzen nicht vergessen warte mal oder das geht mit PA nicht hör äh Nomex danke ach nochmal richtig hinsetzen hier so einmal bitte um schlau blau geht nicht geht nicht ist kaputt aber dann machen wir blaulicht aus höre 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 oh der ist kaputt würde ich mal sagen das kriegt sie jetzt vollwutalarm wuhu geil find ich toll mag ich man so so jetzt solltet ihr mal irgendwer was gegen tun die Zeit geht doch jetzt fährt er auch wieder ja so die haben wir noch nicht geregelt fahrzeugbrand oh noch ist er da noch ist er da fahr 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 mach la lülala an wo ist er jetzt da blitzschlag blitzschlag wo ist denn der blitzschlag so deine waffe raus schieß den schießt auch auf den kauf geht doch sehr schön hier wollen wir noch ein rtw habe ich ein ich hoffe ach blitzschlag gab bloße verletzte personen sehr schön also was heißt sehr schön aber kein brand ansatz für den rtw der bf hier florenkorten würde mit einlass für den rtw der bf der bf der bf der bf zu behaupten zu behaupten gut über die klinik durch die halb schweiß hilfe bis zum buster wegkriegen alles klar nur um 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 wo manche fahrzeugen die wo manche fahrzeug also schweiß am besten aus und dennoch gleich aber nur der drüben schirmkontakt nachhaltig herrscht die abschleppfahrzeug schweiß ja hier auch noch mal eins fahrzeug schirmkontakt schirmkontakt schweiß 2 schirmkontakt neun blv nein noch nicht leute ab scheiße es ohne gar nicht zack verkommt parken und erster noch starke 1, damit ihr, wenn ihr ins Abrufbereit seid, gut, könnt ihr mitnehmen. Könnt ihr mitnehmen und ihr könnt die auch mitnehmen. Hier, die müssen schon längst fertig sein. Na, guck mal, wie schön voll die ist. Also, mit Gesundheit, ne? Wisst ihr, was ich meine? Fahrzeug 2, nie durchgeführt.